herzlich willkommen leute zu einem neuen video heute wie ihr seht gibt es mal eine serie mit pyroland produkten und nicht nur einzelne produkte sondern ich zeige euch auch batterie kombination die wirklich halt gut zusammenpassen und auch eine riesengroße fächer batterie gibt es dann gibt es hier die dream stopper raketen die heißt übrigens die riesen fächerbatterie butterfly blues dann gibt es hier die single belts bombenrohre dann gibt es hier eine kombination aus der brocade garden und der nydia und jetzt hier auch einen sehr sehr schönen großen pyroland vulkan queen of welding das sollte nicht passieren der ist jetzt durchgezündet das ist natürlich nicht so schön machen wir gleich mal weiter mit den single belts bombenrohren das war kein single belts das war ein bks 1 von pyroland jetzt kommt die single belts drei stück na 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 auf so Dann machen wir hier weiter mit diesen Dreiklangbumpenrohren, also drei Stück an der Zahl. Dann das BKS-3 und dann das BKS-7. So, jetzt kommt gleich nacheinander BKS-3 und BKS-7. So, jetzt kommt das BKS-7. So, jetzt kommt das BKS-7. Ich muss es einfach immer wieder sagen, BKS vom Bioland, wirklich unfassbar die Teile, unfassbar, mega. Jetzt machen wir weiter, hier seht ihr Schreckschrauben, da zünden wir einfach mal eine. So, jetzt kommt die Bioland Crackling Beam. So, jetzt kommt das BKS-7. So, jetzt kommt das BKS-7. So, jetzt kommt das BKS-7. So, übrig sind noch die schönen Raketen. Bioland Dream Stalker und dann machen wir jetzt einfach mal ein paar, hier vier Stück, jeweils zwei. Und weil ich einmal hier stehe, jetzt kommt diese riesengroße Fächerbatterie von Bioland, am Butterfly Blues. Wirklich extrem kurz, dieses Teil. aber unfassbar eindrucksvoll, unfassbar. So, jetzt kommt die Kombination Herz und Himmel und Proud and Loud. Und jetzt kommt die Kombination Herz und Himmel zu machen. So, jetzt kommt das BKS-7. So, jetzt kommt das BKS-7. wirklich extrem schöne kombi diese feuertöpfe und diese korsett sterne wunderbare gold jetzt gibt es eine reine korsett kombi auch wieder herz und himmel und lady blue wieder eine mega kombi sieht wie heftig wie schön die korsett sterne sind hier ist ja noch mit der blatt die blue ein schuss ist ja quasi zerlegt er quasi zweimal so jetzt die letzte kombi von diesem test ja hier haben wir die brokart garten eine reine brokart eine reine gold batterie in verbindung mit der nudia silberwirbel und bunte stange so 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 das war es jetzt leider schon ich hoffe euch heute das video gefallen dass ich euch auch mal halt solche batterie kombination zeigen konnte ja von einem von pyroland halt könnt ihr halt schön auch selber mal batterien kombinieren